Heute reden wir über ein Spiel, was in Deutschland wahrscheinlich so viele Fans hat, wie ich nehme mal an, in keinem anderen Land der Welt. Denn es geht um eine Brettspielumsetzung zu einem PC-Spiel zu einem Deutschen. Die Rede ist von Anno und das Brettspiel ist Anno 1800, was dieses Jahr rausgekommen ist. Was ich davon halte, wie nah es am PC-Spiel ist, was die Unterschiede sind und ob PC-Spiel-Fans von diesem Spiel gleichzeitig auch das Brettspiel lieben würden. Schauen wir mal. Für die, die jetzt hier eingeschaltet haben und eigentlich nur das PC-Spiel Anno kennen und sich mal überlegen wollen, naja, vielleicht steige ich mal um auf das Brettspiel. Euch sei gesagt, finde ich super cool, aber ihr müsst natürlich wissen, beim PC-Spiel gibt es ein Tutorial, was einem hilft beim Einstieg, wo ihr gesagt bekommt, klickt jetzt hier drauf, macht jetzt das. Das gibt es in der analogen Brettspielform natürlich nicht. Ihr müsst euch selber durch die Regeln, die nicht allzu lang sind, arbeiten oder es euch erklären lassen, noch besser. Aber ihr werdet belohnt, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich greife ein bisschen voraus zu meinem Fazit. Dieses Spiel lohnt sich definitiv. Wenn ihr Brettspiele kennt oder wenn ihr Brettspiele nicht kennt, das Spiel ist für Kenner. Ihr müsst ein paar Brettspiele schon gespielt haben oder ihr müsst es nicht, aber dann müsst ihr euch ein bisschen reinarbeiten. Es hat ein Grundprinzip, was nicht ganz direkt ins Blut geht. Ihr müsst euch ein bisschen einarbeiten in das Spiel. Es hat einen imposanten Tischeindruck, wenn man das erstmal aufbaut. Das seht ihr jetzt gleich. Und bevor ich weiterquatsche und jetzt schon zu viel verrate, gucken wir uns erstmal in Kurzform an, wie das Spiel funktioniert. Und was so die Unterschiede sind zum PC-Spiel. Darauf kommen wir danach zu sprechen. Anno 1800 ist ein Zivilisationsspiel, aber vor allem ein Handelsspiel. Auf den ersten Blick wirkt das zentrale Spielfeld hier ziemlich einschüchternd, aber im Grunde genommen ist es das gar nicht. Jedes Plättchen steht für einen Rohstoff, eine Erfindung oder Entdeckung, die in verschiedenen Epochen der Menschheitshistorie gemacht wurden und die wir als Industrielle weiterentwickeln können. Die Kisten hier zum Beispiel, das sind Waren, es gibt daneben Eisen, Segel und ganz wichtig, die Flasche, das ist Schnaps. Und weil man sich das alleine vom Logo so schlecht merken kann, gibt es nochmal ein Übersichtsblatt mit allen Benennungen. Sehr praktisch. Und neben diesen ganzen Rohstoffplättchen gibt es noch diese Holzwürfel, die ihr neben dem Brett hier seht. Das sind verschiedenfarbige Arbeiter. Und auf unserem eigenen Spielfeld seht ihr, wir starten auch schon mit einigen Arbeitern. Da sind zum Beispiel vier Bauern in grün, drei Arbeiter aus der Arbeitsklasse in blau und zwei Ingenieure in rot. Und neben dem Spielfeld gibt es dann zum Beispiel noch die Linern und die türkisen Arbeiter. Die türkisen Arbeiter sind sehr selten, das sind zum Beispiel Investoren, die bekommen wir erst sehr viel später im Spiel. Mit unseren Arbeitern und den Produktionsplättchen, davon haben wir auch schon ein paar aufgedruckt bei uns auf dem Spielplan, können wir bestimmte Sachen herstellen. Vom Start aus ist das zum Beispiel Holz, Weizen, Kartoffeln oder Schweine. Wenn wir etwas produzieren, das ist das Herzstück des Spiels, läuft das eigentlich die gesamte Partie immer gleich ab. Wir setzen einen unserer verfügbaren, passenden Arbeiter auf unser Gebäude, und zwar auf eines dieser beiden Arbeitereinsatzfelder von jedem Plättchen. Und dann produzieren wir genau das, was da steht. Also in dem Fall zum Beispiel hier Holzbretter von den Bauern hier. Wir können in einem dieser grünen Gebäude logischerweise jetzt keinen blauen Arbeiter einsetzen. Und dementsprechend auch bei den roten Gebäuden darunter jetzt nur einen roten Handwerkerarbeiter. Aber wofür produzieren wir überhaupt? Es gibt im Spiel keine Ressourcenmarker oder Steine oder ähnliches, die anzeigen können, was wir gerade produziert haben. Wir produzieren immer genau dann etwas, wenn wir es gerade brauchen, können aber nichts speichern oder von Runde zu Runde mitnehmen. Jedes Mal, wenn wir ein neues Produktionsplättchen erforschen wollen, also eins von der Tischmitte nehmen wollen, um im Spiel weiter voranzukommen, müssen wir einmal eine bestimmte Kombination aus Waren herstellen. Die ist auf jedem Plättchen oben angegeben. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt dazu entschließen, Messing zu erfinden, dann müssen wir einmal, das ist oben auf dem Plättchen in lila angegeben, Waren, das ist das Kistenlogo, und Kohle, das ist das Logo daneben, einmal produzieren bei uns. Wie machen wir das? Wir setzen einen unserer verfügbaren Handwerker auf unsere Kohlefabrik und einen anderen auf unsere Warenfabrik, haben also einmal die Kombination hergestellt, nehmen uns dann das Messingplättchen von der Tischmitte und platzieren das bei uns. Und wie ihr seht, wenn man das umdreht, ist das eine neue Fabrik, eine Messingfabrik, und ab jetzt können wir mit unseren Handwerkern auch Messing herstellen. Aber wofür das jetzt alles? Wofür Messing herstellen? Wofür überhaupt irgendwas herstellen? Richten wir unseren Blick mal auf die ganzen Kartenstapel, die ihr hier seht. Jedes Mal, wenn wir aus irgendeinem Grund einen Arbeiter bekommen, und also auch schon am Anfang beim Spielaufbau, bekommen wir die betreffenden Handkarten. Ihr seht, der linke Kartenstapel hier, der ist für grüne und blaue Arbeiter, und der Stapel daneben für eben die anderen rote, lilane und türkisene Arbeiter. Diese Karten symbolisieren die verschiedenen Bedürfnisse, die unser Volk hat. Hier die beiden wollen zum Beispiel Bier und Kleidung, und der rechte möchte Wurst und Schnaps, der lässt es sich wohl gut gehen. Und dafür kriegen wir eine bestimmte Belohnung und Siegpunkte. Die höherwertigen Arbeiter kommen mit mehr Bedürfnissen, also zum Beispiel die hier wollen Ziegel und so ein Grammophon und Kaffee. Dafür kommen, wenn wir die erfüllen, aber auch höherwertige Belohnungen oder mehr Punkte dabei rum. Und wenn man das Ganze jetzt miteinander kombiniert, dann erschließt sich, was das für ein cleverer Mechanismus-Mix das ist. Wir produzieren, bekommen eventuell weitere Arbeiter dazu, die können wieder weiter produzieren, kommen aber eben auch mit weiteren Bedürfniskarten. Und der Clou in dem Spiel ist, der erste Spieler, der alle seine Handkarten losgeworden ist, also im übertragenen Sinne die Bedürfnisse all seiner Bürger erfüllt hat, durch Produzieren und das Erfüllen der Karten, der beendet das Spiel. Denn sobald ein Spieler keine Karte mehr auf der Hand hat, bricht die letzte Runde an. Aber auf unserem Weg dahin können wir bei Anno natürlich noch andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel Schiffe bauen, die geben uns diese schwarzen Erkundungs- oder die roten Handelsmarker. Und die sind super praktisch, weil mit denen können wir Rohstoffe erhandeln, die wir selber nicht herstellen. Sollten wir, wenn wir dran sind, keine Arbeiter mehr verfügbar haben oder zu wenig, um die Aktionen zu machen, die wir machen möchten, dann können wir stattdessen Stadtfest feiern. Das heißt, wir setzen quasi einen Spielzug aus, dürfen aber dafür alle unsere Arbeiter wieder verfügbar machen und unsere Boote wieder mit neuen Markern befüllen. Obwohl Anno ein sehr komplexes Spiel ist, gehen die Züge trotzdem ziemlich schnell. Wir machen immer eine Aktion, dann ist der nächste Spieler dran. Und das hat auch nicht immer was mit dem Produzieren zu tun. Wir können zum Beispiel auch noch die Erkundungsmarker abgeben, um weiteren Platz in unserem Reich zu bekommen. Mit denen können wir zum Beispiel weitere Inseln bei uns anlegen, um mehr Platz für weitere Gebäude zu haben, falls uns der Platz ausgeht. Und die kommen als Bonus auch noch mit immer mit einem Gebäude oder ein paar Arbeitern als Bonus. Wofür gibt es am Ende des Spiels denn noch Punkte? Natürlich meine ganzen erfüllten Arbeiterkarten. Die haben hinten die Punktewerte nochmal drauf. Die behalte ich in einem eigenen Stapel. Dann liegen noch einige Zielkarten aus das ganze Spiel, woran wir uns auch orientieren können. Zum Beispiel hier Prinzessin Ching. Die gibt uns jeweils sechs Punkte, wenn wir eine der folgenden Erfindungen gemacht haben. Also die Uhren, die Brillen oder die Kleidung. Der Perforia daneben gibt uns in diesem Spiel dann Minuspunkte, sollten wir noch Handkarten auf der Hand haben. Der gute Herr daneben, dessen Namen ich gar nicht probiere auszusprechen, gibt uns auch für weitere Technologien Punkte. Isabel Sarmento hier gibt uns Punkte, wenn wir diese Entdeckungsplättchen geholt haben. Die dienen im Spiel dafür, dass wir Handelsmarker abgeben können, um diese seltenen exotischen Rohstoffe zu holen. Und wer dann die meisten Siegpunkte angesammelt hat, es also geschafft hat, am klügsten zu produzieren, am geschicktesten zu handeln und dabei die Bedürfnisse seiner Bürger nicht aus dem Auge gelassen hat. Der ist der König der Industriellen und hat das Spiel Anno 1800 gewonnen. Nachdem ich Anno 1800 jetzt wirklich ein paar Mal gespielt habe, waren bei mir so drei Fragen richtig brennend. Eigentlich zwei. Eine ist eine Zuschauerfrage, die probiere ich direkt zu beantworten. Ich wurde gefragt, ist das Handeln hier so wie in Die Siedler von Katan? Nee. Das ist ein, das werdet ihr im Überblick auch gesehen haben, es ist ein Handelsspiel, ja, aber es ist eher ein Rohstoffproduktionsspiel. Das heißt nicht, dass es nicht auch Spaß machen kann und es war sogar ein paar Mal so, dass wir am Tisch da saßen und gesagt haben, ey, bau du doch mal, weiß ich nicht, die Nähmaschine. Du hast gerade die Rohstoffe dafür, ich kann sie gerade nicht bauen und ich möchte jetzt noch nicht Dorffest feiern und alle meine Arbeiter wieder zurücksetzen. Mach das doch mal. Ich verspreche dir auch, ich werde das ein paar Mal bei dir benutzen, die Nähmaschine und dann kriegst du ja immerhin Gold dafür. Also wenn man quasi Rohstoffe bei jemand anders tauscht, dann muss man den Handelsmarker zurück in den Vorrat tun und der Mitspieler, bei dem man das erhandelt hat, kriegt Gold dafür. Gold kann man auf ganz viele Arten und Weisen verbrauchen, aber es ist immer schön, das zu bekommen. Und das ist natürlich ein bisschen verhandeln, hier komm, mach das doch mal, einen Gegner in die Richtung drücken, zu sagen, hier komm, mach das doch mal. Aber es ist natürlich nicht so, pass auf, ich gebe dir jetzt hier die beiden Karten und das und dafür kriege ich bei dir das. Das gibt es hier nicht. Also eine Verhandlungsphase oder eine Verhandlungsposition gibt es hier nicht. Einfach mal benutzt ein bisschen mit. Soll aber nicht heißen, dass das Spiel nicht interaktiv ist. Es ist weniger interaktiv als andere Spiele, aber diese, also zu viel Interaktivität würde dem Spiel, finde ich, auch nicht gut tun. Man probiert schon bei sich, die besten Produktionsstrategien zu finden. Man probiert die besten Wege zu finden, vom Hölzchen aufs Stöckchen sozusagen zu kommen. Also jetzt probiere ich erstmal, mehr an Stein zu kommen, um dann mehr an Papier zu kommen und dann mit Papier und Stein und weiß nicht, Schwein und Schnaps dann irgendwann die Maschinerie zu erfinden. Das waren jetzt alles Beispiele, die nicht wirklich treffend sind, aber ungefähr so läuft es. Habt ihr, glaube ich, im Video auch mitbekommen. Zweite Frage, die ich hatte, ist das wie Anno das PC-Spiel? Und ganz ehrlich, das kann ich nicht genau beantworten. Ich hab's mir jetzt nochmal angeguckt, Anno die PC-Spiele. Ich hab's nicht installiert, aber ich hab mir Bilder angeguckt, hab mir Berichte darüber durchgelesen, weil die einzigen eigenständigen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, sind, glaube ich, wirklich 20 Jahre her. Jetzt sagt ihr, vor 20 Jahren war noch kein Anno das Spiel draußen. Also das allererste Anno habe ich mal gespielt, ein paar Mal. Und ich war damals geflasht, dass so ein Zivilisationsspiel umgesetzt werden kann auf so realistische Art und Weise. Und ich muss sagen, wenn ich das zurückrufe, dann ist Anno das Brettspiel natürlich nicht so. Es ist runtergebrochen auf den Handelsfaktor, den Wirtschaftsfaktor, das Micromanagement in seiner eigenen Hauptstadt, dass wir jetzt das produzieren, die Bedürfnisse mit den Karten, wo, glaube ich, ich auch gleich nochmal als mein Lieblingsaspekt, kann ich jetzt schon mal sagen, nochmal ausführlicher drauf zu sprechen komme. Das ist in dem Brettspiel hier vorhanden. Es gibt aber keine Kriegsführung, keine Kämpfe. Es gibt keine Karte, auf der wir uns fortbewegen. Also es ist sehr runtergebrochen auf das Nötigste, was in der Zeit möglich ist. Es gibt natürlich andere Brettspiele, die nochmal viel, viel mehr draufsetzen. Die dauern dann aber auch meistens 4, 5, 6 Stunden. Finden dann häufig auch im Weltall statt. Ich finde aber, das brauchst du hier nicht. Also mir hat es nicht gefehlt. Es fühlte sich für mich trotzdem wie ein schönes Zivilisationsspiel an. Ich habe mich zwar jetzt nicht so gefühlt, als würde sich meine Zivilisation sehr von einer anderen unterscheiden. Das war jetzt nicht, dass ich mir irgendwelche speziellen Fähigkeiten hatte, die dann zum Beispiel nur mein Volk hatte. Das gibt es hier nicht, ja. Aber dieses runtergebrochene erinnert mich an Im Wandel der Zeitalter. Im Wandel der Zeitalter ist ein sehr, sehr honoriertes, sehr hoch angesehenes Brettspiel. Und für viele war es das erste Zivilisationsspiel, was wirklich als Brettspiel so richtig funktioniert hat. Und auch da gibt es keine Karte. Und auch da gibt es eigentlich nur Micromanagement und es ist eine abstrahierte Form von Zivilisationsspiel. Das geht natürlich auf dem PC auch einfach besser. Wenn wir von oben die Kamera sehen und hier laufen Einheiten rum und hier können wir Einheiten positionieren. Unsere Dorfbewohner bauen hier was auf. Das hat bei HF Empire super funktioniert. Das hat bei Anno super funktioniert. Das geht im Brettspiel meiner Meinung nach momentan. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Einfach nicht. Das heißt aber nicht, dass dieses Spiel deswegen weniger Spaß macht, weniger wert ist. Es kann aber natürlich sein, dass manche Leute hier vom PC-Spiel kommen und sagen, ich habe mir von dem Brettspiel mehr erhofft. Dritte Frage. Ist es ein Zivilisationsspiel? Ich habe das jetzt gerade in der vorigen Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich finde auf jeden Fall, es gibt aber bestimmt auch Leute unter euch, die sagen, ne, für mich nicht. Da fehlt mir eben das Kämpfen. Da fehlt mir meine Truppen hier hinzuschicken. Da fehlt mir meine Dorfbewohner. Ja, spezifischer zuzuweisen und mit denen noch hier ein Haus aufzubauen und da auf Essensjagd zu gehen. Das ist halt hier abstrahiert, damit es in zwei Stunden spielbar ist. Jetzt sagt ihr, es gibt ja auch andere Spiele, die in zwei Stunden spielbar sind und dann mache ich sowas. Bestimmt. Mir fällt gerade zwar ganz nicht ein, aber bestimmt. Aber das hat dann nicht so einen coolen wirtschaftlichen Produktionsketten aufbauenden Faktor. Und das, da scheint das Spiel hier einfach da. Diese Produktionsketten zu bauen, schon voraus zu planen, okay, wenn ich das jetzt baue, kann ich im nächsten Zug vielleicht das noch bauen und mit meinen verfügbaren Arbeitern dann sogar mal was herstellen, eine Karte von mir noch erfüllen, eine Zielkarte, also ein Bedürfnis von meinen Dorfbewohnern erfüllen und damit noch einen Bonus bekommen und dann muss ich wahrscheinlich schon wieder Dorf festfeiern. Ich finde noch einen Weg, weitere Arbeiter zu bekommen und diesen Kreislauf zu verlängern. Und dieser Aufbau einer Maschinerie dieses Durchhalten, dass die Arbeiter möglichst lang benutzt werden können und möglichst selten Dorf festzufeiern, das finde ich total cool. Bevor ich darauf noch ein bisschen mehr zu sprechen komme, möchte ich mal all meine negativen Punkte abarbeiten, denn da gibt es schon ein paar, das muss ich einfach sagen. Also erstmal, dass das hier die Arbeiter sind, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Das sind einfach irgendwelche Würfelchen mit verschiedenen Farben. Bei mir kommen die gut durch, was die unterschiedlichen Farben angeht. Ich weiß nicht, ihr müsst mir sagen, vielleicht kann ja mal Farbenblinde in die Kommentare schreiben, setze ich das gut genug ab für Farbenblinde? Ich weiß es nicht. Ich hätte aber schön gefunden, also nicht die Farben finde ich enttäuschend, sondern die Form. Es hätten zumindest kleine Miepel sein können. 9 plus Ultra wäre natürlich gewesen. Miepel, die irgendwie bedruckt sind, dass die Arbeiter eher arbeitermäßig aussehen, dass die Grünen eher nach Bauern aussehen und so weiter. Und vielleicht die Investoren, so kleine Monokel da drin haben, das wäre ich richtig cool gefunden. Hätte natürlich den Preis nach oben getrieben. Es ist aber auch so schon, muss man sagen, kein besonders günstiges Spiel. Es lohnt sich, ja, aber ich bin von der Produktion ein bisschen enttäuscht. Dazu kommt noch, jetzt mal nicht darauf achten, ich habe ja im Überblick gesagt, dass das ziemlich cool ist. Ist es auch, das ist maßgeblich für den schnelleren Einstieg und ein besseres Verständnis für das Spiel, ja, aber von der Produktion, das ist halt einfach nur ein Blatt Papier. Das hätte ein wenig Pappe sein können, finde ich, hätte das bestimmt ein bisschen länger gehalten. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, dass es dabei ist, das ist schon mal cool. Auf der einen Seite habe ich euch das gezeigt, auf der anderen Seite ist ein Überblick, der ziemlich cool ist, aber auch hier, was Kleines zu mecklen hätte ich, ich hätte gerne auf einer Seite das hier und auf der anderen Seite nochmal einen Überblick mit Ikonografie von diesen Sachen hier, weil wenn ich jetzt was suche, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wie geht das, aufwerten meine Arbeiter, das ist auch eine Aktion, die man machen kann, dann kann man von Bauern weiter zu trainieren, zum Beispiel zu Arbeitern oder Arbeiter zu Handwerkern und sowas, also die eine Klasse höher schieben, muss dafür Rohstoffe abgeben oder produzieren, aber das ist cool, wenn man das länger nicht mehr gespielt hat oder gerade beim Einstieg nochmal gucken, okay aufsteigen, muss ich das und das hier machen, okay cool, aber wenn ich nur kurz nochmal überlegen möchte, Moment mal, wie ging das nochmal, dann hätte ich gerne ein Icon, was mir sagt, das musst du abgeben, das musst du machen, um das zu bekommen, weil hier in dem Fließtext ist es dann manchmal schon, A, dauert es länger, das zu finden und B, muss man dann halt auch wirklich nochmal lesen, man kann dann nicht irgendwie sagen, auf einen Blick, ey, okay, ich weiß, ich muss das machen, aber hey, das ist wirklich was Kleineres, finde ich, finde ich nicht ganz so schlimm, dann, es wurde ein paar Mal geungt über die grafische, über das grafische Design in den Kommentaren von vielen anderen Videos und von meinem vorigen Video, wo ich euch das schon mal nur kurz vorgestellt habe, da kann ich nichts zu sagen, ich finde die grafische Gestaltung sehr, sehr eindeutig, sehr, sehr schön, die Ikonografie an sich auch sehr schön, also das hier sieht richtig cool aus, ich finde das setzt sich stark genug ab, die Arbeiter haben nochmal hier auch ein Symbol, also die Arbeiter haben die Brille, die Arbeiter, die Handwerker haben die Brille hier, ob das passt, weiß ich nicht, aber okay, die Heugabel für die Bauern, aber das hätten sie dann bitte auch auf die Miepel drucken können, also ne, oder auf die Würfel, aber ich hätte ein Miepel gehabt mit den Symbolen drauf und auch diese Goldplättchen, die man bekommt, da sind die Einerwertigkeiten genauso groß wie die Fünfer, da könnte man wenigstens größere machen und die könnten auch alle ein bisschen dicker sein, das ist, ja, man kann sie benutzen, aber so richtig Spaß damit zu handeln macht es nicht, da hätte ich einen Upgrade auch schöner gefunden, aber okay. Das sind so meine eigentlichen negativen Punkte, ich finde sonst kann man dem Spiel nicht viel vorwerfen, zu den positiven Punkten, ich habe mir extra nochmal die Karten rausgeholt und zwar die Zielkarten, das ist super, ich liebe es, wenn Spiele das machen, dass sie nicht immer die gleichen Spielendbedingungen haben, sondern eben hier in dem Fall fünf zufällig von diesen ganzen Karten rauskommen und jedes Spiel am Ende des Spiels für andere Sachen gewertet werden, das ist super, es gibt viel mehr Wiederspielreiz und das Spiel hat sowieso schon sehr, sehr viel Wiederspielreiz meiner Meinung nach, weil ich immer probieren will, mich noch mehr zu steigern, noch besser zu werden, noch bessere Strategien zu finden, wie ich ja meine Rohstoffproduktion schneller auf Vordermann bringe und schneller die Bedürfnisse erfülle und der Elefant, der die ganze Zeit vor mir auf dem Tisch sitzt, weswegen ich dieses Spiel liebe, direkt auch geliebt habe, als ich das erste Mal gespielt habe und weswegen ich dieses Spiel auch nochmal probieren möchte, um besser zu werden und schneller besser zu werden, ist dieses in sich geschlossene System, dass Arbeiter Karten bringen, die eigentlich cool sind, weil wir bekommen was, wenn wir die erfüllen, aber auch schlecht sind, weil wir wollen das Spiel ja beenden und wir kriegen es irgendwie schon hin, manche Handkarten dann abzubauen und dann kriegen wir durch die aber wieder neue Arbeiter und wieder neue Karten, wenn wir möchten, wir können auch sagen, wir nehmen die Arbeiter nicht und damit auch keine neuen Karten, aber hey, noch eine neue Karte, die mir eine Belohnung gibt, was mache ich jetzt? Diese Entscheidungsmomente sind super spannend und dann, dass man die Karten für was benutzen kann, also was Positives und nicht nur Punkte, sondern auch eine Zwischenspiel, also im Spiel schon eine Belohnung und teilweise eine richtig coole Belohnung und man sich dann so von seinen 15, 20 Karten erstmal eh 5 zurücklegt, okay, die kann ich jetzt eh mal nicht erfüllen, aber hier, die braucht Bier und die braucht Bier und der braucht Wurst und die braucht auch Wurst, dann kann ich doch bestimmt so eine Sache, zwei, drei Karten in derselben Runde erfüllen und dann den Bonus kann ich noch für die Karte benutzen, das heißt, ich kann vielleicht noch eine vierte Karte in meiner Spielphase benutzen und erfüllen und dann, das ist eine Poselei, die man da machen muss, man muss viel vorbereiten, viel vorausdenken und dann manchmal noch denken, okay, warte mal, wenn jetzt mein Gegner wirklich jetzt die Fabrik mit dem Schnaps baut, dann kann ich auch noch den Schnaps für ihn kaufen, weil ich habe noch Handelsmarker über und das ist zwar das ganze Spiel ähnlich, immer nur mit hochwertigeren und teureren Rohstoffen, die man dann irgendwann produzieren kann oder die die Kollegen oder Gegner irgendwann produzieren können, aber das macht so einen Spaß, sich da durchzufuchsen und es wirkt manchmal, das wird auch in der Anleitung erwähnt, so, als würdet ihr eure Handkarten niemals loswerden, da kriegen wir wieder welche und dann haben wir immer noch zehn auf der Hand, aber das geht irgendwann richtig schnell, das geht exponentiell nach oben und deswegen werden auch Leute hier ihren Heidenspaß damit haben, die Engine-Building-Spiele mögen. Ich weiß nicht, was das Spiel zum Engine-Building-Spiel macht, ich kann es nicht sagen, weil eigentlich stellen wir immer ein bisschen mehr her und hier immer ein bisschen mehr her und haben dann auch irgendwann genug Arbeiter, aber das geht trotzdem so exponentiell nach oben, dass wir irgendwann sagen, ich kann jetzt drei Karten erfüllen und ich kann mit meinem nächsten Zug vier Karten erfüllen und damit kann ich noch zwei weitere weglegen und schwupps, habt ihr doch keine Karten mehr auf der Hand und dieses Gefühl, wenn ihr kurz davor seid oder es eben schafft und ich bin eher immer der Strategie gefolgt, dass ich probiere, die ganzen Karten wegzubekommen, den kleinen Bonus zu bekommen, dass ich der Erste bin, der die Karten weg hat und dann wir noch eine Runde spielen, dann ist das Spiel vorbei und das habe ich dann teilweise auch schon wirklich 90 Minuten geschafft, sowohl zu zweit als auch zu dritt. Ich habe es noch nicht zu viert gespielt, würde mich aber auch nichts abhalten, das zu probieren, weil ich glaube nicht, dass es viel länger dauert als zu zweit oder zu dritt. Zu zweit hat man weniger Gold, weil der Gegner in dem Fall seltener bei einem kaufen wird. Zu dritt hat man mehr Gold, das heißt man kauft auch wieder, man reinvestiert auch wieder mehr, weil man die ganze Zeit Gold ausgibt, um seine einzelnen Arbeiter zurückzukaufen, das kann man machen, aber dieses geschlossene wirtschaftliche System von Rohstoffen, die weiterverarbeitet werden zu anderen Rohstoffen und immer besser werden und dann auch im Auge behalten, was sind die Zielkarten. Brillantes System. Ich liebe dieses Spiel, es ist für mich bisher das beste Spiel, was ich dieses Jahr gespielt habe. Es kriegt von mir 90%. Ich habe ein paar negative Punkte gesagt, die sind aber bei mir nicht so bedeutend, dass es dieses Spiel irgendwie in der Art und Weise für mich schlechter machen würde. Ja, ein bisschen mehr Produktion, ein bisschen mehr Liebe zum Detail in der Produktion hätte ich schön gefunden. Vielleicht wird das irgendwann noch upgedatet oder es gibt ein inoffizielles Upgrade-Set. Das würde ich mir auf jeden Fall holen, aber wenn ihr mich irgendwo seht mit dem Spielunternehmen und ihr habt das Spielunternehmen, bitte holt mich an euren Tisch und spielt das Spiel mit mir. Es macht wirklich viel Spaß. Kennerspieler werden damit ihren Spaß haben, die werden sich vielleicht ein bisschen mehr reindenken müssen, Expertenspieler werden dieses Spiel lieben, Familienspieler müssen sich vielleicht ein bisschen mehr reinfuchsen, aber ich glaube auch die werden ihren Spaß daran haben, weil dieses System von den Karten, die man gleichzeitig erfüllen kann, aber auch wieder bekommt, wenn man neue Arbeiter bekommt, die anfixen wird. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es bei vielen Spielen so sein wird. Vor allem bei Fans von Zivilisationsspielen, die es nicht unbedingt auf die Konfrontation im militärischen Konflikt ankommt, sondern eher auf den Aufbaufaktor. Die werden dieses Spiel genau wie ich lieben und der Vergleich mit Im Wandel der Zeitalter ist ja nicht irgendwie nur so dahergesagt, den habe ich sehr genau überdacht, weil Im Wandel der Zeitalter ist nun mal ein sehr hoch angesehenes Spiel, auch von mir, ich liebe das Spiel und das hier ist dann nicht weit weg von, wenn ich sogar drüber habe, müsste ich noch ein paar Mal beide nebeneinander spielen, um das zu sehen. Aber ich glaube, Leute, die das eine Spiel mögen, werden auch am anderen hier den Gefallen finden. Für die das Spiel normalerweise und vor allem auf den ersten Blick zu schwierig aussieht, zu komplex aussieht. Lasst euch davon bitte nicht einschüchtern, probiert es mal aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die unter das Video in die Kommentare. Ich freue mich darauf, sie zu beantworten und ich freue mich noch mehr drauf, das Spiel das nächste Mal zu spielen. Martin Wallis, beide Daumen nach oben, Kosmos Verlag. Bisschen, bisschen cooler hätte ich es ausstatten können, aber sehr cool, dass ihr das in euer Programm aufgenommen habt. Ich freue mich, dass es das Spiel gibt. Und damit sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.